Familie, Natur und Sport. Das sind die großen Eckpfeiler im Leben von der MFG-Spitzenkandidatin. Die MFG sieht sich als Angebot für Menschen, die, wie es wörtlich als MFG-Wahldevise heißt, Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit suchen. Spitzenkandidatin ist Elfriede Hörtnagel Zufall. Die Juristin stammt aus Kärnten und lebt im Tiroler Klimaten. Ein Wahlziel in Prozenten will sie nicht nennen. Wir wünschen uns die größtmögliche Stärke, damit wir dann auch die größtmögliche Kraft haben, die Dinge anzugreifen, die uns wichtig sind, sagte die Spitzenkandidatin Hörtnagel Zufall im ORF-Tirol-Interview. Auf konkrete Zahlen wolle sie sich nicht einlassen. Sie habe da keine konkreten Vorstellungen, erklärte sie. Mit dem Wegfall der Impfpflicht und dem weitgehenden Aus-aller-Coronavirus-Maßnahmen will die MFG das Parteiziel aber nicht als überholt sehen. Die Maßnahmen sind ja nur scheinbar weg. Warten wir auf den Herbst. Lassen wir uns überraschen, es wird ein böses Erwachen geben. Wir werden wieder Corona-Maßnahmen haben. Und wenn es nicht Corona ist, dann wird es etwas anderes sein. Die gesamte Politik, wie sie sich heute darstelle, sei inakzeptabel, so die Tiroler MFG-Spitzenkandidatin.